Im letzten Videobeitrag habe ich Ihnen gezeigt, warum eine schnelle Webseiten-Erstellung entscheidend für Ihr Business ist, um mehr Interessenten, Kunden und Gewinn zu machen. Heute im zweiten Video werde ich Ihnen einen Überblick geben, warum ein funktionierendes Autoresponder-System über Ihren Erfolg im E-Mail-Marketing entscheidet. Hallo, Klaus Wolfsberger meldet sich hier. Heute schauen wir uns an, warum ein funktionierendes Autoresponder-System über Ihren Erfolg im E-Mail-Marketing entscheidet. Ein E-Mail-Marketing-System ist ein essentieller Teil jedes Online-Businesses und all jene, die diese kraftvolle Marketing-Strategie noch nicht oder noch nicht richtig einsetzen, verschenken jeden Tag viele Interessenten und Kunden. Ganz kurz erklärt funktioniert ein E-Mail-Marketing-System so. In Ihrem Online-Marketing-System haben Sie ein sogenanntes Autoresponder-System integriert, das Ihnen folgende Möglichkeiten bietet. Wenn ein Interessent auf Ihre Webseite kommt, erhält er von Ihnen ein kostenloses Angebot, das ihm gezielt weiterhilft. Das kann ein kostenloses E-Book, Informationen per E-Mail oder Videos sein oder ein physisches Produkt, das Sie ihm zusenden. Was auch immer. Um den Zugang zu dem kostenlosen Informationsprodukt zu erhalten, hinterlässt der Kunde zum Beispiel seinen Namen und seine E-Mail-Adresse und zu dieser E-Mail-Adresse wird der kostenlose Kurs automatisch durch den Autoresponder zugesendet. Den Autoresponder können Sie aber so einstellen, dass er nicht nur einmal, sondern immer wieder von Ihnen in festgelegten Abständen und von Ihnen erstellte Inhalte an Ihre Interessenten sendet. Das ist sozusagen die Basisfunktion der E-Mail-Marketing-Kampagne oder E-Mail-Marketing-Systems. Wir wollten aber mehr Funktionen haben, um die Effektivität des E-Mail-Marketing-Systems zu steigern, um einerseits mehr Interessenten aus den Besuchern der Webseite zu generieren und dann wiederum mehr Interessenten in Kunden zu verwandeln. Aus dieser Motivation heraus haben wir im All-in-One-Marketing-System folgende zusätzliche E-Mail-Marketing-Funktionen integriert. Wir haben das E-Mail-Marketing-System auch in den WordPress-Blog integriert. Das heißt, wenn Sie wollen, dass sich Ihre Besucher zum Beispiel in Ihrem Blog anmelden können sollen, damit Sie auch automatisch informiert werden, sobald ein neuer Blog-Beitrag von Ihnen online geht, dann ist das ganz einfach möglich. Sie können auch Blog-Beiträge zu von Ihnen festgelegten Zeitpunkten versenden. Der All-in-One-Marketing-Auto-Responder ist außerdem perfekt in das Mitglieder-, in das Shop- und in das Affiliate-System integriert. Das bringt extrem viele Vorteile, wenn Sie zum Beispiel wollen, dass ein Kunde, der ein bestimmtes Produkt gekauft hat und in einer bestimmten Mitgliederebene, wo er nur von Ihnen festgelegte Seiten sehen kann, auch automatisch bestimmte E-Mails erhalten soll. Dann können Sie das ganz einfach einstellen. Sie sehen also, ein Alles-in-Einem-System bietet viele, viele Vorteile, die andere Autoresponder-Services nicht bieten. Ein ganz wichtiges Feature ist das automatische An- und Abmelden. Wenn Sie zum Beispiel eine E-Mail-Kampagne für Besucher haben, die das Ziel hat, dass Ihr Interessent zum Kunden wird und Sie wollen, dass er von dieser E-Mail-Liste abgemeldet wird, sobald er Kunde geworden ist, dann ist das ohne Probleme möglich. Das ist ein wichtiges Feature, denn Sie wollen, dass Ihr Interessent bzw. Kunde immer nur jene Informationen bekommen soll, die er gerade braucht. Einschließen, Ausschließen, Selektieren von bestimmten Gruppen. Wenn Sie einen Broadcast, also eine Nachricht, an Ihre Interessentenliste versenden, dann können Sie im IOM-System bestimmte E-Mail-Kampagnen einschließen oder auch ausschließen und außerdem können Sie auch bestimmte Gruppen herausfiltern. Wenn Sie zuvor die Parameter abgefragt haben, nehmen wir an, Sie wollen nur Frauen in einer bestimmten Region erreichen, dann ist das ohne Probleme möglich. So können Sie also wirklich zielgruppenorientiert arbeiten. Das All-in-One-Marketing-System, das all diese E-Mail-Marketing-Features beinhaltet, ist fix und fertig und braucht nur noch nach Ihren Vorstellungen konfiguriert werden. Oder Sie lagern das auch an uns aus und Sie kümmern sich nur noch um den Inhalt. Auch das ist möglich. Ich kann Ihnen dieses System nur empfehlen und heute können Sie es für 14 Tage testen. Nicht irgendeine Testplattform, sondern Sie erhalten 14 Tage Zugang zu Ihrem persönlichen All-in-One-Marketer-Test-Account. Klicken Sie hier unterhalb auf den Link, um mehr zu erfahren, beziehungsweise fordern Sie die Informationen zum Testzugang gleich hier unterhalb an. Im nächsten Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Business durch Mitgliederverwaltung und Mitgliederebenen optimieren können. Bis dann! Bis dann!